Hallo, hier ist wieder Julia. Ich freue mich, dass ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Auf Wunsch in den Kommentaren versuche ich heute meine Brücke-Challenge, die zweite. Ich werde mal gucken, wie lange ich schaffe. Der Wunsch waren 15 Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Ich werde jetzt mal 10 probieren und dann gucken wir mal, was noch geht. Ich habe meinen Heimer hier wieder parat gelegt. Wenn euch meine Videos gefallen, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. und schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ja, let's go. Wir gucken, was geht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.